Wenn man es ganz puristisch sieht, begann Deutschlands Niederlage im Zweiten Weltkrieg bereits 1940 bei der französischen Stadt Dünkirchen. Denn in diesem Jahr konkret am 25. Mai hätte Hitlers Plan, während des Westfeldzuges neben den französischen auch die britischen Streitkräfte zu vernichten, beendet werden können. Aber als das Deutsche Reich 13 Monate später, am 22. Juni 1941, mit dem Unternehmen Barbarossa die Sowjetunion angriff, war Großbritannien noch nicht besiegt worden. Dabei hatte Hitler ja immer wieder den Oberbefehlshabern versichert, er werde die Torheit des Kaisers nicht wiederholen, sich in einen Zweifrontenkrieg verwickeln zu lassen. Und tatsächlich war ihm das bis dahin ja auch gelungen. Das Münchner Abkommen im September 1938 hatte ihm die nötige Sicherheit verschafft, den, wie es hieß, nach Deutschland hineinragenden alliierten Flugzeugträger in Rot, die 1918 gegründete Tschechoslowakei zu verschlucken, was am 15. März 1939 dann auch geschehen war. Und der am 23. August 1939 abgeschlossene deutsch-sowjetische Nicht-Angriffspakt hatte ihm den Rücken freigehalten, am 10. Mai 1940 im Westen anzugreifen. An diesem Freitag überschritten 141 deutsche Divisionen die Grenzen zu Frankreich und den Benelux-Staaten mit 3.350.000 Soldaten, 7.378 Geschützen, 2.445 Panzern und 3.578 Flugzeuge. Gegenüber 144 alliierten Divisionen mit 2.862.000 Soldaten, 13.974 Geschützen, 3.384 Panzern und 4.469 Flugzeugen. Dem deutschen Angriff waren am 3. September 1939 die Kriegserklärungen Frankreichs und Großbritanniens an Deutschland vorangegangen. Nun könnte man meinen, dass das zum Allgemeinwissen von Redakteuren bzw. Historikern gehören sollte. Umso peinlicher ist es, wenn man auf der offiziellen Seite des Landesarchivs Baden-Württemberg lesen kann, dass Deutschland Frankreich überfallen haben soll. Ich habe eingangs den 25. Mai erwähnt, an dem man den Sack hätte zumachen können, in dem dann die französisch-britischen Truppen gefangen gewesen wären. Das war möglich geworden durch den fünf Tage vorher vom Sommtal abwärts zur Kanalküste getriebenen deutschen Korridor, der durch den Fall von Arras und die Abschnürung von Calais verbreitert und gefestigt worden war. Der Plan des alliierten Oberbefehlshabers General Maxim Weigand, zweiter von links, die Flanken des Korridors von Norden und Süden her anzugreifen, war damit hinfällig geworden. Auch hatten die zum Gegenangriff nach Süden vorgesehenen britisch-französischen Divisionen nach Norden abgezogen werden müssen, um einen erneuten deutschen Eingriff abzuwehren. Der hatte nicht nur gedroht, die belgischen Divisionen von ihren Verbündeten zu trennen, sondern auch, dass den jetzt an die Nordsee zurückgedrängten belgischen, britischen und französischen Armeen für eine allerdings fast undenkbare Evakuierung nur noch die Häfen von Dünkirchen und Ostende geblieben waren. Am 25. Mai war König Leopold III. von Belgien zu der Einschätzung gekommen, allerdings für die Briten völlig überraschend, dass die belgische Armee in Stärke von 550.000 Soldaten den Kampf nicht länger vorsetzen könne. Das hatte auch mit daran gelegen, dass seit dem 10. Mai 1940 die Stellungen der belgischen Armee innerhalb von wenigen Tagen überrannt worden waren. Über die Frage, ob Leopold III. zusammen mit der belgischen Regierung nach London ins Exil gehen solle, war es zwischen ihm und dem Premierminister Hubert Pellot zu einem schweren Konflikt gekommen. Denn während die Regierung den König gedrängt hatte, den Kampf nötigenfalls nach dem Vorbild von Königin Wilhelmina der Niederlande vom Ausland aus fortzusetzen, hatte Leopold beschlossen, als Oberbefehlshaber der belgischen Streitkräfte an der Spitze seiner Truppen zu bleiben. Und obwohl er aufgrund der belgischen Verfassung keine Kompetenzen zu eigenmächtigen politischen Handlungen hatte, hatte er erklärt, dass die am 25. Mai nach London geflüchtete Regierung Pellot handlungsunfähig sei, dann hatte er am 28. kapituliert. Daraufhin hatte die geflüchtete Regierung Pellot erklärt, der König sei in, Zitat, seiner Amtsausübung verhindert und hatte vom Londoner Exil aus provisorisch die Amtsbefugnisse des Monarchen übernommen. Bemerkenswert zu beiden gekrönten Häuptern der Niederlande und Belgiens Königin Wilhelmina und König Leopold III. war, dass beide im November 1939 den Staatsoberhäuptern Englands, Frankreichs und Deutschlands ein Angebot zur Friedensvermittlung übermittelt hatten, was allerdings von England und Frankreich abgelehnt worden war. Als dem Befehlshaber der britischen Expeditionsarmee, General Lord God, der Entschluss der belgischen Kapitulation bekannt geworden war, hatte er in der Nacht vom 25. auf den 26. Mai den Rückzug der Briten aus dem Raum von Lille auf Dünkirchen zu befohlen. Dabei war ihm bewusst, dass der Druck auf die französisch-britischen Verbände in einem sich immer mehr verengenden Kessel noch erheblich verstärken würden, sobald durch die belgische Kapitulation die Nordfront aufgerissen werden würde. Die roten Linien zeigen den Verlauf des sich schließenden Kessels bis Ende Mai. Wenn die Wehrmacht dann den nächsten richtigen Schritt machen würde, so General God, wäre das das Ende der britischen Expeditionsarmee. Parallel zu dem von ihm befohlenen Rückzug hatte die britische Admiralität sofort reagiert und mit der Operation Dynamo unter Vize-Admiral Bertram Ramsey alles an Schiffen und Booten über den Kanal in Marsch gesetzt, was schwimmen konnte. Vom Kreuzer bis zum Fischerboot. Insgesamt fast 1.000. Und was vorher niemand auch nur im Entferntesten geglaubt hätte, wurde Wirklichkeit. 338.000 alliierte Soldaten, darunter fast die gesamte britische Berufsarmee in Stärke von 225.000 Mann, waren von Frankreich zurück nach Großbritannien evakuiert worden. Allerdings unter Zurücklassung der gesamten Ausrüstung und des schweren Gerätes. Während über Dünkirchen mehrere Spielfilme gedreht worden sind, 1958 Dunkirk, 2017 einer unter dem gleichen Titel und ein geschichtsverfälschender Mist aus Frankreich von 1964, sind zwei weitere Evakuierungen in der Zeit des deutschen Westfeldzuges ziemlich in Vergessenheit geraten. Die vom 10. bis zum 13. Juni 1940 dauernde Operation Cycle bei der 11.059 britische und alliierte Soldaten von Lavre aus nach Großbritannien entkommen konnten und die Operation Aerial vom 14. bis 25. Juni als 215.000 alliierte Soldaten von zahlreichen Häfen wie Cherbourg, Saint-Malo und anderen nach England gebracht worden waren. Beim Unternehmen Dynamo, also der Evakuierung vom Hafen und Strand von Dünkirchen, waren der seit dem 10. Mai 1940 als Premierminister regierende Winston Churchill, Wildmitte, und seine engsten Berater davon ausgegangen, dass im günstigsten Fall 45.000 Mann eingeschifft und evakuiert werden könnten, egal wie viele Schiffe man einsetzen würde. Denn bereits jetzt schon seien sowohl Schiffe als auch mögliche Verladeplätze starken deutschen Luftangriffen ausgesetzt. Und beim weiteren schnellen Vormarsch der deutschen Division wären die Häfen dann auch im Bereich der schweren Artillerie. Und wegen der andauernden Rückzugskämpfe der eingeschlossenen alliierten Armeen war man auch davon ausgegangen, dass im besten Fall nur immer ein paar tausend Soldaten gleichzeitig in der Lage seien, sich vom Feind zu lösen und zum Evakuierungsplatz zu gelangen. Und zu allem Überfluss bestand nun auch die dauernde Gefahr, dass ein ernsthaft geführter deutscher Panzerstoß den Kessel in zwei Teile spalten würde. Die Krise hatte eine solche Dimension angenommen, dass Churchill befürchtete, dass es binnen einer Woche, Zitat, sein hartes Los werden würde, das schwerste militärische Missgeschick ihrer langen Geschichte bekannt geben zu müssen. Allerdings wäre es für die Alliierten noch möglich gewesen, die von Osten her angreifenden Infanteriedivisionen der Heeresgruppe B und der Generaloberst Fedor von Bock an den zahlreichen Wasserläufen in Flandern zwischen Uypern und der Nordsee so lange aufzuhalten, bis man wenigstens einen kleinen Teil des Expeditionskorps evakuiert habe. Aber diese operative Überlegung war schnell hinfällig geworden, da jetzt die freien deutschen Panzerimissionen des Generalobersten Gerd von Rundstedt an der Südwestflanke zum finalen Angriff ansetzten, da ihnen kaum noch Gefahr durch alliierte Gegenangriffe drohte. An der Südwestflanke hatte General Gord, hier links mit dem französischen General Gamelin, entlang des Kanals Gravelin-Saint-Homère-Bétun, dem letzten Wasserhindernis vor Dünkirchen, eine improvisierte, dünn besetzte Verteidigungsstellung angelegt. Aber inzwischen hatten deutsche Kräfte den Kanal an drei Stellen überschritten und Brückenköpfe gebildet, womit die Panzergruppe des Generalobersten Ewald von Kleist näher an Dünkirchen herangekommen war, als die Masse der Infanterie des britischen Generals Gord. Nach der Absicht des deutschen Oberbefehlshaber des Heeres, Generaloberst Walter von Brauchitsch, sollte die Panzergruppe Kleist jetzt unmittelbar nach Dünkirchen vorstoßen. Grundlage dafür war der vom Chef des Generalstabes, General der Artillerie, Franz Halder, ausgearbeitete Operationsplan. Der sah vor, ich zitiere aus dem Tagebuch von General Halder vom 25. Mai 1940, dass die frontal gegenüber einem sich planmäßig absetzenden Feind zu schwerem Angriff antretende Heeresgruppe B den Feind lediglich binden, die Heeresgruppe A, die einen geschlagenen Feind trifft und auf den Rücken des Feindes losgeht, die Entscheidung bringen sollte. Aber als dieser Plan am 24. Mai in die Tat umgesetzt werden sollte, hatte Hitler eingegriffen und damit die größte militärische Katastrophe in der Geschichte Großbritanniens verhindert. Zu dieser Zeit, vom 10. Mai bis zum 6. Juni 1940, hatte er sich im Führerhauptquartier Felsenest in Münster-Eifel aufgehalten, von wo er bereits mehrmals entscheidenden Einfluss auf den Verlauf des Westfeldzuges genommen hatte. So hatte er unter anderem darauf bestanden, gegen den Rat der Generale von Brauchitsch und Halder den Schwerpunkt der Offensive in die Adennen zu legen. Aber als sich jetzt die Erfolgsmeldungen stündlich überschlugen, hatten bei ihm die Nerven versagt. Denn statt den Schwung des deutschen Vormarsches auszunutzen und den Panzerstoß bis zum Kanal durchzuführen, hatte er zunächst die hauptsächlich zu Fuß marschierende Infanterie heranbringen lassen wollen. Dazu steht im Tagebuch des Generals Halder vom 17. Mai. Ein recht unerfreulicher Tag. Der Führer ist ungeheuer nervös. Er hat Angst vor dem eigenen Erfolg. Er tobt und brüllt. Man sei auf dem Wege, die ganze Operation zu verderben. Dabei hatte es gar keinen Grund für die Annahme gegeben. Die Franzosen wären noch in der Lage gewesen, eine neue Front entlang der Somme aufzubauen. Aber wie auch später im Krieg gegen die Sowjetunion und seinen Befehlen zu den erfolglosen Angriffen auf Stalingrad oder Leningrad war auch jetzt wieder Hitlers Blick nicht ausschließlich von militärischen Erfordernissen geprägt worden, sondern von hauptsächlich politischen. Er hatte in der Einnahme von Paris das prestigeträchtigste politische Ziel gesehen und hatte dabei den militärischen Blick auf das wichtige Ziel Dünkirchen vernachlässigt. Nachdem ihn dann auch noch Generaloberst von Rundstedt in der Annahme bestärkt hatte, dass die Schlacht in Flandern so gut wie gewonnen sei, hatte Hitler General von Brauchitsch nach Münstereifel befohlen und ihm dort klargemacht, dass man sich ab sofort auf die Schlacht in Frankreich konzentrieren würde. Dazu müssten sofort die Panzerdivisionen des Generalobersten von Rundstedt angehalten werden, ehe sie in den von Kanälen durchzogenem Gelände stecken bleiben würden. Er, Hitler, habe im letzten Kriege in Flandern gekämpft und wisse aus eigener Erfahrung, dass dort Panzerdivisionen keinen entscheidenden Erfolg erringen könnten. Daher seien sie sofort anzuhalten und die Zeit dafür auszunutzen, sie für den entscheidenden Stoß auf Paris technisch und materiell aufzufrischen. Rundstedt solle lediglich die Linie Gravelin-Saint-Homère-Bethyn sperren, während General von Boxdivisionen die Alliierten endgültig schlagen sollten. Allerdings hatte der gelernte Soldat Generaloberst Brauchitsch dagegen Einspruch erhoben. Und zu Recht hatte er gelten gemacht, dass die am weitesten vorgedrungenen Kräfte des Generals von Bock 50 Kilometer von Dünkirchen entfernt stünden, wogegen Rundstedts Panzer nur knapp 20 Kilometer entfernt wären. Damit würde Rundstedt, hier mit Generalleutnant Maximilian von Weix, sowohl über die Ausgangsstellungen verfügen, als auch über die notwendigen Kräfte, die Falle zu schließen. Und für den Fall, dass der Entfernstehende von Bock der militärische Exekutor sein würde, hatte von Brauchitsch vorhergesagt, dass dann die Briten entkommen würden. Hitlers Entgegnung war, dass er sich von seinem Hauptziel nicht ablenken lassen würde, nämlich die französische Armee zu schlagen, damit ganz Frankreich. Wäre die französische Armee endgültig ausgeschaltet, sei er Herr Europas. Noch in der Nacht, gegen seine Überzeugung, hatte von Brauchitsch die neuen Befehle ausgegeben, wozu man im Tagebuch lesen kann, der schnelle linke Flügel, der keinen Feind vor sich hat, wird auf ausdrücklichen Wunsch des Führers angehalten. Die Luftwaffe soll das Schicksal der eingekesselten Armee vollenden. Nach dem Krieg hat Winston Churchill in seinen von 1948 bis 53 veröffentlichten sechsbändigen Kriegserinnerungen die Behauptung aufgestellt, der Haltebefehl sei nicht von Hitler, sondern von Rundstedt ausgegangen. Er hatte sich dabei auf gewisse Eintragungen im Tagebuch der Heeresgruppe A bezogen. Allerdings finden sich weder in den Aufzeichnungen von Halter noch in den Aussagen der beteiligten deutschen Generale irgendeinen Beweis dafür. Selbst der im Juli 1940 zum Generalfeldmarschall Beförderte von Rundstedt hat bestätigt, dass der Haltebefehl eindeutig auf Hitler zurückging. Jedenfalls war dieser Befehl, den man durchaus als mitkriegsentscheidend ansehen kann, für 48 Stunden in Kraft. Und während die Panzer- und motorisierten Verbände des Generalobersten von Rundstedt, wie Halter am 26. Mai 1940 in sein Tagebuch schrieb, nach allerhöchstem Befehl, wie angewurzelt auf den Höhen zwischen Betun und Saint-Omer standen, waren die Verbände des Generalobersten von Bock nur langsam und unter Verlusten vorwärtsgekommen. Mit Hitlers Entscheidung, die erst am 27. Mai mit der Freigabe des weiteren Vormarsches der Panzerdivision aufgehoben worden war, hatte die britische Expeditionsarmee drei Tage Aufschub und damit genügend Zeit gewonnen, ihre Südflanke zu verstärken, womit der deutsche Durchstoß vereitelt worden war. Am 30. Mai liest man bei Halter und wir müssen zusehen, wie bei dem schlechten Wetter, das die Luftwaffe ausschaltet, der Feind unzählige Tausende vor unserer Nase nach England wegfährt. Genauso war es. Und wie Generaloberst von Brauchitsch vorhergesagt hatte, hatte Englands Kriegs- und Handelsmarine unterstützt von zahlreichen privaten Booten, während der nächsten fünf Tage bis zum 4. Juni 338.000 Mann britische und verbündete Soldaten vom Strand und vom Hafen Dünkirchen auf die Insel evakuiert. Churchill hat diese Rettungsaktion und ihre Konsequenz daraus auf den Punkt gebracht, als er in seinen Erinnerungen schrieb, dass es der Kern und die Struktur war, mit der Großbritannien seine künftigen Armeen aufbauen konnte. Hier sieht man evakuierte Soldaten bei ihrer Ankunft in England. Nicht umsonst sprach man ja auch vom Wunder von Dünkirchen. Denn wäre die britische Armee in Frankreich in deutsche Gefangenschaft geraten, wovon auch die britische Regierung zunächst ausgegangen war, wäre das das Ende der Regierung Churchill gewesen. Dann hätte der anglophile Hitler der neuen Regierung eines wehrlosen Großbritanniens ein generöses Friedensangebot gemacht, das sie wohl kaum hätten zurückweisen können. Hier begrüßt er auf dem Berghof den wegen seiner Ehe mit der Amerikanerin Wallis Simpson 1936 als König des Vereinigten Königreiches zurückgetretenen, deutschfreundlichen Eduard VIII. Über diesen unmotiviert erscheinenden Haltebefehl 20 Kilometer vor Dünkirchen gab es nach dem Krieg an sich nur Erklärungen, die gespeist worden waren durch die Aussagen, Erinnerungen, Tagebücher und Memoiren der dabei gewesenen. Dann allerdings haben sich die nachgeborenen militärisch meist nur theoretisch belesenen Historiker dieses Themas angenommen und um das eigene, neue Buch besser verkaufen zu können, muss es sich kräftig von allem bisher Geschriebenen der Kollegen unterscheiden. Daher gibt es auch immer neue Thesen. Hier eine Auswahl. Hitler wollte seinen obersten Militärs nur klar machen, wer das Sagen hatte. Hitlers Erklärung, er habe die blutsverwandten Briten schonen wollen, sei eine Lüge. Hitler habe dem Sachverstand und den Lageberichten der Generale misstraut, weil er den modernen Bewegungskrieg nicht verstand. Hitler habe sich durch ihre Kriegführung um die eigene Rolle als oberster Befehlshaber gebracht gesehen. Schließlich, Hitler habe bei den Kirchen in Wirklichkeit ja nicht die Panzer, sondern die Generalität im Oberkommando des Heeres stoppen wollen. Tatsache ist, dass die 48 Stunden Halteentscheidung vor den Kirchen Hitlers erster schwerer militärischer Fehler war. Aber bekanntlich hat ja jede Medaille zwei Seiten. Denn wenn auch Hitler vom politischen Köder Paris gelockt worden war, so hatte doch seine Entschlossenheit schwerer gewogen, die so teuer bezahlten Fehler vom September 1914 zu vermeiden. Damals war es ja zu einem anderen Wunder gekommen. Dem Wunder an der Mahn. Als der preußische Chef des großen Generalstabes, Generaloberst Helmut Johann Ludwig von Moltke, genannt der Jüngere, aufgrund der pessimistischen Lagemeldung des Oberstleutnant Richard Hensch, die Nerven verloren und den Rückzug befohlen hatte. Dagegen meinte Hitler im Mai 1940, dass er im Augenblick die Briten ruhig außer Acht lassen könne und ging sogar so weit, Generaloberst von Kleist mitzuteilen, Sie, die Briten, kommen in diesem Krieg nicht wieder. Da stand allerdings im schroffen Gegensatz zu seiner mehrfach geäußerten Meinung, dass Großbritannien mit seiner gewaltigen Flotte der gefährlichste Gegner sei. Aber nach dem Erfolg des Münchner Abkommens zur Abtretung des Sudetenlandes an das Deutsche Reich 1938, hier besucht er das märische Brünn, hatte er seine Meinung über die Briten und andere Nationen relativiert. So hat er im Mai 1939 vor den Abteilungs- und Gruppenleitern im Oberkommando der Wehrmacht und am 22. August vor den Befehlshabern der Wehrmachtteile sinngemäß geäußert, Frankreich ist eine aussterbende Nation, England ist wie ausgekochtes Rindfleisch, es stellt sich nicht mehr zum Kampf. Amerika ist eine Bluffangelegenheit, Um auf Touren zu kommen, benötigt es viele Jahre und bis dahin habe ich alle europäischen Probleme endgültig gelöst. Aber als sich Hitler auf seine Erfahrungen mit den britischen Politikern vom September 1938 bezog, hatte er übersehen, dass es sich bei seinem neuen Gegenüber nicht mehr um den auf Frieden und Ausgleich bedachten Politiker Neville Chamberlain handelte, mit dem er zusammen ein Papier mit der Überschrift Anglo-German Agreement unterschrieben hatte, dass unter anderem beide Nationen das Münchner Abkommen als symbolisch für den Wunsch unserer beiden Völker betrachteten, nie wieder in den Krieg zu ziehen. Nein, seit dem 10. Mai regierte in London der Hardliner Winston Churchill, der bereits während des Ersten Weltkrieges als erster Lord der Admiralität, später Munitionsminister, sich als unnachgiebiger Feind Deutschlands herausgestellt hatte. Ich hatte von der Medaille mit ihren zwei Seiten gesprochen. Denn als Hitler dünn Kirchen links liegen gelassen und sich statt der britischen Armee Paris und den Franzosen zugewandt hatte, war es nicht nur reine Intuition gewesen. Stattdessen war er lediglich seinem Plan gefolgt, den er am 23. Mai 1939 den Befehlshabern in groben Zügen dargelegt hatte. Gelingt es, Holland und Belgien zu besetzen und zu sichern, sowie Frankreich zu schlagen, dann ist die Basis für einen erfolgreichen Krieg gegen England geschaffen. Die Luftwaffe kann dann von Westfrankreich aus die engere Blockade Englands, die Flotte mit den U-Booten die weitere übernehmen. England kann auf dem Kontinent nicht kämpfen, die täglichen Angriffe der Luftwaffe und der Kriegsmarine zerschneiden sämtliche Lebensadern. Im Augenblick, wo England von seiner Zufuhr abgeschnitten ist, ist es zur Kapitulation gezwungen. Kurz, das alles glaubte Hitler noch in den Tagen nach Dünn Kirchen. In seinen Augen waren die evakuierten Divisionen so gut wie Gefangene, nur diesmal auf der britischen Insel. Und die französische Küste sollte besetzt werden, um sie als ein Teil eines geplanten Atlantikwalls gegen künftige britische Einmischungen in europäische Angelegenheiten auszubauen, sowie als Ausgangsbasis zu nutzen, von wo man England durch Bombardements und einer Hungerblockade zur Kapitulation zwingen könnte. Aber in keinem Krieg gibt es stimmige Vorhersagen. Am 4. Juni, kurz vor Tagesanbruch, hatte das letzte britische Schiff Dünn Kirchen verlassen und sich auf den Weg zur Insel aufgemacht. Und als am Mittag dieses Tages Hitler gegenüber dem Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, Großadmiral Erich Räder, seine nächsten Ziele darlegte, war eine Landung in Großbritannien nicht dabei gewesen. Dagegen, nach dem Sieg über Frankreich, sollte eine erhebliche Reduzierung der Heere stärker stattfinden. Dabei die Entlassung aller älteren Reservisten und Facharbeiter. Neuer Schwerpunkt, die Luft- und Marinekräfte. Hatte in Großbritannien die fluchtähnliche Evakuierung zunächst ein Schockgefühl der Hilflosigkeit und Kriegsmüdigkeit erzeugt, hatte Churchill im Unterhaus eine geschichtsträchtige Rede gehalten, mit der er die Briten um sich scharren und auch die Welt zum Kampf gegen das Deutsche Reich mobilisieren konnte. Unter anderem hatte er angekündigt, dass Großbritannien in jedem Falle weiter kämpfen werde und wenn es sein müsste, auch alleine. Hitler hatte in Churchills Ausführungen allerdings lediglich eine moralische Unterstützung des immer mehr strauchelnden Frankreichs gesehen, denn dass Frankreich besiegt werden würde, stand nach der Kapitulation der Belgier und der Flucht der Briten für ihn fest. Um aber Frankreich in seiner Niederlage nicht noch weiter zu demütigen beziehungsweise zu reizen, dass sie am Ende mit ihrer Kriegsmarine englische Häfen anlaufen und die Engländer zu neuem Widerstand bewegen würden, war Hitler am 18. Juni beim Treffen mit Mussolini in München bereit, das Waffenstillstandsgesuch der Franzosen wohlwollend mit relativ milden Bedingungen zu beantworten, was dann auch geschah. Was aber die Befürchtung Hitlers der Verlegung der französischen Flotte nach Großbritannien betraf, war ihm dieses Problem am 3. Juli 40 von den Briten mit dem Unternehmen Katapult aus der Hand genommen worden. Zusammen mit der Operation Grasp, bei der die Royal Navy alle in britischen Häfen befindlichen französischen Schiffe nach Piratenart gekapert und beschlagnahmt hatte, waren beim Unternehmen Katapult die im Hafen des algerischen Meers El Kebir liegenden französischen Schlachtschiffe, Zerstörer und der Flugzeugträger Commandant Test nach einem Übergabe-Ultimatum von überlegenen Einheiten der Royal Navy unter schweres Feuer genommen worden, wobei rund 1.300 französische Seeleute getötet worden waren. Aber was man auch im Tagebuch des italienischen Außenministers Graf Galeazzo Ciano lesen kann, hatte Hitler wieder einmal seine Sympathie für Großbritannien bewiesen. Wenn Hitler den Krieg will, dann wird es ein totaler Krieg sein, vollständig und abarmungslos. Was aber die Frage betrifft, ob die Zerstörung des britischen Empire erwünscht sei, so macht Hitler viele Vorbehalte. Er betrachtet es selbst heute noch als einen wichtigen Faktor für das Gleichgewicht der Welt. Allerdings hatte Ciano unbeeindruckt von dieser nach außen zur Schau gestellten Großzügigkeit Hitlers hinzugefügt, Hitler ist jetzt der Spieler, der einen Riesengewinn gemacht hat und am liebsten vom Tisch aufstehen und nichts mehr riskieren möchte. Allerdings hatte hinter Hitlers Wunsch nach einem Übereinkommen mehr als nur Spielerinstinkt gestanden. Stattdessen wollte er Großbritannien zu einem Vergleich bringen. Auf keinen Fall wollte er es so schwer treffen, dass das britische Empire zerfallen würde. Er selbst hatte es am 13. Juli 40 gegenüber Brauchitsch und Halder gesagt, ich zitiere Halders Tagebuch, davon hat Deutschland keinen Nutzen. Wir würden mit deutschem Blut etwas erreichen, dessen Nutznießer nur Japan, Amerika und andere sind. Aber seine nach außen gezeigte Großzügigkeit gegenüber England hatte noch andere Gründe. Denn um diese Weltmacht herauszufordern, fehlte es in Deutschland an fast allem. So hatte die Kontinentalmacht Deutschland traditionell ein starkes Heer, dafür schwächere Luft- und Seestreitkräfte. Auch müsse sich Deutschland zuvor die Ölfelder sichern, um den für eine weltweite Auseinandersetzung benötigten ungeheuren Ölbedarf zu decken. Kaum aber hatten im Juni nach dem Sieg über Frankreich die Feierlichkeiten begonnen, erregten in Berlin plötzlich sowjetische Maßnahmen, die Aufmerksamkeit, wie zum Beispiel die Annexion von in hellgrün umrandeten Gebieten an der Ostsee und am Schwarzen Meer, die Russland nach dem Ersten Weltkrieg verloren hatte. Zwar hatte sich Deutschland in geheimen Zusatzprotokollen zum Hitler-Stalin-Pakt von 1939 damit einverstanden erklärt, dass neben ihrer Hälfte von Polen, rot markiert, auch die braun gezeigte rumänische Provinz Bessarabien und die drei hellgrün markierten baltischen Republiken mit Ausnahme einer kleinen Zone in Südlitauen zur sowjetischen Einflusssphäre gehören sollten. Als jedoch die Rote Armee Mitte Juni 40 in Litauen einmarschiert war, hatte sie auch den Deutschlands zugesprochenen Streifen besetzt und einen Rückzug abgelehnt, unbeschadet des deutschen Protestes. Eine Woche danach hatte der sowjetische Außenminister Molotow den deutschen Botschafter in Moskau, Graf von der Schulenburg, darüber informiert, dass die Sowjetunion von Rumänien außer dem gelb markierten Bessarabien am 28. Juni auch die von dem Protokoll nicht betroffene hellgrüne Bukovina fordern würde. Eine drohende Krise war von Hitler lediglich nur und erbunden worden, indem er Rumänien zum Nachgeben genötigt hatte, gleichzeitig aber von nun an auch die territoriale Unverletzlichkeit Rest Rumäniens und Ungarns garantierte. Unbeschadet der sich langsam hochschaukelnden Spannungen zwischen dem nationalsozialistischen Deutschland und der kommunistischen Sowjetunion lieferte die auch weiterhin die vertraglich vereinbarten Güter bis zum Tage des deutschen Angriffs am 22. Juni 1941. Über dessen Motivation gibt es ja verschiedene Auslegungen, wie die, dem bevorstehenden sowjetischen Angriff präventiv zuvorgekommen zu sein. Dabei stellt sich natürlich die Frage, warum Stalin mit seinem Angriff so lange gewartet haben soll, bis die deutschen Armeen und die der Verbündeten nach den Siegen im Westen und auf dem Balkan in Ruhe an seiner Westgrenze aufmarschiert waren. 153 Divisionen mit knapp über 3 Millionen Soldaten, 3.600 Panzern und 600.000 motorisierten Fahrzeugen. Fragen Sie sich selbst, wäre es für Stalin nicht viel erfolgversprechender gewesen, er hätte die Gunst der Stunde des Mai-Juni 1940 genutzt, als die Wehrmacht tief in Frankreich stand? Damals, im Mai 40, hätte die Rote Armee die wenigen deutschen Grenzsicherungsverbände an der rot-blauen Demarkationslinie im untereinander aufgeteilten Polen im ersten Stoß überrennen und unbehelligt zu Fuß nach Berlin marschieren können. Dass der Militär statt zuerst ein Jahr später in der Lage gewesen sein soll, ist Unsinn. Nun, Stalin hat 1940 aus welchen Gründen auch immer nicht angegriffen. Vermutlich war er einfach davon ausgegangen, dass nach den Kriegserklärungen der beiden mächtigen Nationen Großbritannien und Frankreich an Deutschland sich wie im Ersten Weltkrieg die Armeen untereinander so große Verluste zufügen würden, dass ein dann stattgefundener sowjetischer Angriff auf das militärisch nicht mehr handlungsfähige Mittel- und Westeuropa die Rote Armee ohne großes Risiko bis zum Atlantik gebracht hätte. Das war durchaus ein Szenario, das Stalin zum Beispiel am Ende des Zweiten Weltkrieges im Bereich des Möglichen gesehen hatte, von späteren sowjetischen Planungen im Kalten Krieg ganz zu schweigen. Zurück in den Juni 40. Die sowjetischen Annexionen, hier ihr Einmarsch in Riga und die beginnende Sowjetisierung der Gebiete hatten Hitlers Haltung gegenüber Großbritannien unmittelbar beeinflusst. Denn mit den Sowjets in Bessarabien, heute weitgehend das Gebiet der Republik Moldau, kaum 150 Kilometer von den wichtigsten Ölfeldern außerhalb Deutschlands entfernt, den rumänischen Raffinerien von Ploesti, Arizesti und Moreni, konnte sich das Deutsche Reich nicht in einen längeren Krieg mit dem britischen Empire einlassen. Daher war in ihm der Plan gereift, über ein Abkommen mit Großbritannien zu einem Ausgleich zu kommen, das ihm sowohl Freihand im Osten verschaffen, als auch die Möglichkeit einräumen würde, den gefürchteten Zwei-Fronten-Krieg zu vermeiden. Der mit London angestrebte Pakt sollte so etwas sein, wie der 1939 mit Moskau abgeschlossene, den Deutschland für den Westfeldzug gebraucht hatte. Tatsächlich war Hitler im festen Glauben, dass er einen Pakt mit London bekommen würde. Immerhin hatte er Britannien mit seiner Evakuierungsaktion die größte Schmach ihrer Geschichte erspart. Und obwohl sowohl der Chef der Luftwaffe, Hermann Göring, als auch der Kriegsmarine Großadmiral Reda den Befehl zur Eröffnung einer Luftoffensive auf englische Häfen und Industriezentren gefordert hatten, wurde ihnen dies von Hitler einstweilen noch untersagt. Folgt man der von Generaloberst Alfred Jodel, am 30. Juni 1940 verfassten Denkschrift über die Lage, die Hitlers Ansichten widerspiegeln, so ging der davon aus, dass Großbritannien sich dann geneigt zeigen werde, Frieden zu schließen, wenn es erfahren würde, wie verhältnismäßig billig sie ihn bekommen könnten. Hitler wollte Britannien gegenüber großzügig sein. Er wollte nur die Rückkehr der ehemaligen deutschen Kolonien fordern und die Anerkennung seiner Herrschaft über Westeuropa. Dafür dürfe Großbritannien sein Commonwealth behalten und wenn es wollte, auch den Rest der Welt. Und wie man auf der Karte von Afrika 1939 sehen kann, gehörte Britannien, rot, ja bereits ein erheblicher Teil davon. Blau zeigt die französischen Eroberungen. Mit diplomatischen Umwegen wurde jetzt versucht, sich Großbritannien zu nähern. Wobei Hitler immer den Anschein erweckte, als hätte er eigentlich gar keinen Streit mit England. Aber einmal mehr hatte er sich verrechnet. Denn als einer seiner Anträge durch die Vermittlung des päpstlichen Nunzius in der Schweiz, Filippo Bernardini, die britische Regierung erreicht hatte, nachzulesen in der Denkschrift des britischen Stabschefs an Winston Churchill, war die spontane Antwort Churchill an den rechts neben ihm gehenden Außenminister Lord Halifax. Ich hoffe, dem Nunzius wird klargemacht werden, dass wir nicht den Wunsch haben, über irgendwelche Bedingungen für einen Frieden mit Hitler Erkundigungen einzuziehen und dass es allen unseren Vertretern strikt verboten ist, irgendeine solche Anregung auch nur in Erwägung zu ziehen. Diese britische Ablehnung jeglicher Gespräche mit dem nationalsozialistischen Deutschland begründete sich auch auf die völlig unerwartete Rettung der 225.000 britischen Soldaten vor Vernichtung oder Gefangenschaft. Parallel dazu hatte sich bei der Bevölkerung die Auffassung durchgesetzt, dass das Wunder von Dünkirchen ein Werk göttlicher Fügung gewesen sein musste, so wie es der Dean von St. Paul, Walter Matthews, am Abend vor dem Unternehmen Dynamo, der Evakuierungsaktion, in seiner Predigt genannt hatte. Und die von der Propagandaeinrichtung Ministry of Information gelenkte britische Presse machte aus der Flucht vom französischen Festland kurzerhand einen Sieg. Dann hatte Winston Churchill vor dem Unterhaus ja seine berühmte, rhetorisch brillante Rede »We shall fight on the beaches« gehalten. Zu allem kam die von Großbritannien sich selbstgegebene Mission in den letzten vier Jahrhunderten zu verhindern, dass Europa nur durch eine Macht beherrscht wird. Stichwort Balance of Power oder Gleichgewicht der Macht. Und plötzlich stand auch Hitler dieser britischen Hartnäckigkeit gegenüber, die bereits Philipp II. von Spanien, Ludwig XIV., Napoleon I. und Willian II. erlebt hatten unbeschadet aller familiärer Verwandtschaft. Einmal mehr hatte Hitler die Warnungen der Geschichte überhört, stattdessen mit einem übersteigerten anglophilen Optimismus auf ein neues München gehofft. Er hatte es sich im Sommer 40 nach Dünnkirchen nicht vorstellen können, dass der britische Premierminister Winston Churchill auch noch ein Nachkomme des prominentesten Vertreters der Politik des Balance of Powers als John Churchill, First Duke of Marlborough, Fürst von Mindelheim, diese Politik über Bord werfen würde. Und auch als Anfang Juli 40 warnende Äußerungen über die ungebrochene britische Stimmung in Berlin eingetroffen waren, war Hitler bei der Vertagung seiner Siegesrede in der Krolloper geblieben, noch immer der Hoffnung, in dieser Rede gleichzeitig den Frieden mit Großbritannien verkünden zu können. Aber als auf alle seine diplomatisch lanzierten Anträge jegliches Londoner Echo ausgeblieben war, hatte er sich entgegen dessen und wirklich offenkundigen Sachverhaltes eingeredet, dass die beharrliche Weigerung Londons mit ihm Frieden zu schließen, in deren Hoffnung begraben liege, dass die Sowjetunion doch noch militärisch intervenieren würde. Tatsächlich hatte ja bereits im Sommer 1939 die Labour Party und eine gegen die Regierung Chamberlain arbeitende Oppositionsgruppe um Winston Churchill eine große Allianz mit Frankreich und der Sowjetunion ins Auge gefasst, was einiges an der späteren Kriegspolitik Churchills erklären könnte. Aber vermutlich hätte Hitler auch nicht so eigensinnig an die Möglichkeit, eines Kompromisses geglaubt, wenn er über die Mittel verfügt hätte, seinen Willen zum Beispiel durch die im Juli 1940 angeordnete Blockade Nachdruck zu verleihen. Aber für eine wirksame Seeblockade hatten die damals vorhandenen 72 U-Boote nicht gereicht. Konteradmiral Karl Dönitz hatte in ex acta Voraussicht geschätzt, dass mindestens 300 U-Boote zur Verfügung stehen müssten, bevor ein wirksamer Druck auf England ausgeübt werden könne. Und die Luftwaffe hauptsächlich als Luftartillerie zur Unterstützung des Heeres entwickelt, war mit ihren zweimotorigen Bombern und langsamen Stukas weder auf strategische Operationen durch Bombenangriffe noch auf einen Krieg gegen die Schifffahrt vorbereitet. Es würde Jahre brauchen, die Wehrmacht auf den Stand zu bringen, ein ernsthafter Gegner Großbritanniens zu werden. Um aber 1941 für einen möglichen Angriff auf die Sowjetunion den Rücken frei zu haben, musste Hitler jetzt neue Wege beschreiten, um binnen der nächsten sechs Monate Großbritannien in die Knie zu zwingen. Dafür kam nur die Invasion Großbritanniens in Frage. Aber für die hatten sich weder er noch die Oberbefehlshaber der drei Wehrmachtteile wirklich erwärmen können. Trotzdem war am 2. Juli aus dem Hauptquartier durch den Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, Generaloberst Wilhelm Keitel, eine vorläufige Weisung an die Teilstreitkräfte für eine Invasion Großbritanniens ergangen. Allerdings noch mit Vorbehalt. Aber als Hitler in den nächsten Wochen aus London noch immer keine Antworten auf seine Verhandlungsangebote bekommen hatte, hatte er am 16. Juli die Weisung Nummer 16 gegeben, die in die Geschichte eingegangen ist als das Unternehmen Seelöwe, die Landung deutscher Truppen auf der britischen Insel. Allerdings hatte der Oberbefehlshaber der Luftwaffe Hermann Göring bereits am 2. September 40 dem General der Flieger Kurzstudent mitgeteilt, der Führer will gar nicht nach England. Und Hitler selbst hatte bereits am 15. Oktober 1940 das Unternehmen Seelöwe auf das Frühjahr 1941 verschoben. In diesem Frühjahr, exakt ein Jahr nach Beginn des Westfeldzuges, am 10. Mai 1941, war Hitlers Vertreter Rudolf Hess als Pilot alleine mit einer Mee 110 nach Großbritannien geflogen, wo er über Schottland mit einem Fallschirm absprang und am Boden gefangen genommen wurde. Aber aus welchen Gründen dieser Flug an diesem geschichtsträchtigen Datum unternommen worden war, ist auch heute noch umstritten. 2041, 100 Jahre nach dem Ereignis, sollen dazu in Großbritannien weitere Akten freigegeben werden. Vielleicht lichtet sich ja dann das Dunkel über seinen Flug und auch die wahren Gründe für den Haltebefehl im Mai des Jahres 1940. War es am Ende doch Hitlers Absicht gewesen, die ihm so sympathischen Briten entkommen zu lassen? In 18 Jahren gibt es darauf eine Antwort. eine Antwort.